So, lange kein Video, aber ich habe wieder was Neues. Erstens habe ich Urlaub und ja, ich zeige euch mal noch was. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, dass man auch mit Demokontos twaden kann. Also wie einige wissen, ich twade ja schon eine ganze Zeit, mache auch ein bisschen Kohle damit. Und dass ihr euch mal ausprobieren könnt, ob das wirklich so einfach ist, wie viele tun, werde ich euch heute die Möglichkeit bieten. Und ihr geht dazu einfach auf meiner Seite www.doktor-wind.de Die meisten wissen es schon, die es noch nicht so wissen, sucht es in der Bio oder ja, unter dem Video. Oder schreibt es euch ja einfach ab, einfach ne, oben in der Ecke www.doktor-wind.de Sucht den ersten Beitrag eine Welt voller Möglichkeiten, aber Achtung, klickt da drauf. Wie gesagt, das ist eine sehr heikle Sache. Man kann auch sehr viel Kohle verlieren dabei. Aber wir schließen ja ein Demokonto ab. So, klickt auf den ersten Dingen da, Link und dann gratis Demokonto probieren. Klickt da drauf. So, ich bin bei Facebook da eingeloggt. Also Windfortfahren, die meisten wissen, dass ich so heiße. Jedenfalls in der virtuellen Welt. So, und ich habe das schon mal vorbereitet. Ich habe, also ihr bekommt hier ein Konto mit 40.000 Euro Spielgeld, ne. Und dann könnt ihr quasi traden. Wie das hier funktioniert, ist so aufgebaut, dass faktisch man kaufen kann und verkaufen kann. Beim Kaufen wettet ihr auf steigende Kurse und beim Verkaufen auf fallende Kurse. Also ein bisschen wie Zuckerei. So finde ich das Ganze. Und dann könnt ihr quasi Kohle gewinnen oder verlieren oder verdienen oder Verlust machen. Je nachdem, sucht euch das Beste raus. Ich mache eine andere Trading Variante. Ich kaufe ein. Das geht hier nicht. Ich kaufe Bitcoins ein und verkaufe die wieder. Oder Rohstoffe, kauf die ein, verkaufe die wieder. Wenn ihr das auch machen wollt, da gibt es kein Demokonto. Das ist bei Revolut oder Vivid. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann schießt mal los. Versucht mal euer Blick und schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr Erfolg hattet oder nicht. Und danke schön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.